Wir haben jetzt ein einsamen Spielfeld getreten. Da sind wir. Und gleich auf jeden Fall schon. Die Symbole macht dann alles im Boot, im Kontrolle. Und dann sind die Position einfach kontakt. Und die kann dann also drauflaufen, hinstoßen, wie auch immer. Der Waldfahrtspieler von Frankreich hat ein Boot. Und jetzt kommt die Symbole, jetzt sind die Zeit, gibt es doppelte Punktzeit. Auf die Plätze, fertig, Slingshot. Rüber, rüber den Städte. Anmelde. Und Start. So, jetzt kommt die Symbole, einfach kontakt. Ausgangsplan, 18 Meter lang, auf den Weg, den Punkt, die gut geschehen. Schnell führt, ruts, ins Volke. Da geht es auf, außerdem die roten, alle, die blauen, jede zu der eigenen Hälfte. Rot, vorbeige, blau, 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 blau. Die Werte, die Längere spielen da, mischt wird und dann muss man einige Wege geben, oben, oben zu sein. Joel denkt, wir noch zu Führers. Joel, 30 Sekunden. Sieh mal, du gibst ganz gut, du musst gerne laufen. Schnell kontaktieren. Wir lassen das, eine Minute noch. 4200 Kreuz für Joel, er holt sich. Achterentscheid, das Wichthalterkabote, das D11, der zweite Kreis, der zweite Kreis, der Kreis für Simon. Wir haben noch eine gute halbe Minute. Und jetzt gehts noch die Gälder, das Gälder geht für das doppelte Wunschalter. Ansonsten schnell noch zu den Achterentscheidern. Jetzt noch eine halbe Minute, das Wingshop zu den Schabbeln für Simon. Joel führt 5150 zu 2400 Sekunden. Das hat noch blau, ja. Auf gehts, wir wirst du mit. Und der Countdown zum Finale. Die letzten Sekunden, schnell noch die ersten Punkte, von Joel. 02553, aber das ist noch einiges ver千원이�! Johannes Gerbal, 3, 2, 1 und! Begal! Sieh mal, ja. Herzlichen fabricuten! Und Joelle hat 0.554 Punkte geholt, 3.500 Euro Sieben worden. Dankeschön, Herr Walter, das erste gespielt. Slickshop-Preise, wie gesagt, für Joelle Kraut gewinnen. Und das Buch 20, dankeschön, der deutsche Eisner für die Euro Sieben worden. Dankeschön, euch beiden.